Und jetzt steht kein nukleares Waffen-Nastinal. Haftbefehl? Nein, Alter, warum schaff ich den Sprung nimm mir, ey? Ah, steht für Hafti, der dich zusammenschlägt. Wieso bist du gestorben, ey? Voll Bobby, ey. Ich glaub, ich hab dich sogar noch irgendwo geschlagen. Obwohl ich schon tot war. Ah, steht für Hafti, Junge. Leggy. Ich kann Lava nicht mehr hören. Ah, okay. Ah, gut. Gut gemacht. WTF? Was denn? Du bist doch im Bett gespawnt. Keine Ahnung. Ah, bin ich. Aber das hat... Ab hier nicht mehr trollen. Das hab ich jetzt nur gemacht, Leute. Nicht um zu cheaten oder sonstiges. Weil der Weg zu laufen ist ja auch nicht cheaten. Warum schaff ich das nicht, ey? Weil du Bobby bist. Du fliegst immer nur mit Al-Qaida Airlines. Ne, ich flieg nur Ryanair. Das ist billig. Lol, was war das? Leider gibt's bei Al-Qaida Airlines nur ein One-Way-Ticket. Du bist so blöde. Jeder Mensch auf der Welt hat dich. Na ja, ich mag mich. Was? Deine Mami mag dich? Deine Mami mag ich dich? Alter Junge. Was geht denn jetzt mit dir? Was geht mit dir? Was geht mit dir? Ne, warum lachst du für immer? Keine Ahnung, weil du ein Homo bist. Boah ey, ich hasse diese Map. Warum schaffe ich den Sprung von dem zu dem nicht, ey? Ach, Gott, nee. WTF? WTF? Hm. WTF? Wo ist mein Skin hin? Ich hab mich grad schon gewundert. Hä? Den hast du noch an? Nee, bei mir nicht. Lol. Bei dir nicht? Alter, kannst du ja nicht nicht normal sprechen. Lol. Nur wegen dir, ey. Was soll denn das? Warum bin ich jetzt normal? Seht ihr Leute? So sieht der Joker normal aus. Ein hättlicher Chinese mit Unterhemd. Oder wer hat so Bärte? Hauptsache irgendwas Asiatisches. Irgendwas, das Hunde isst. Fühlt euch nicht angegriffen, ihr Asiaten. Wir mögen euch. Der, der... Was? Oh fuck. Oh! Warte, Mann! Was war'n das, ey? Aber ich glaube, so kann man das auch hinbekommen, ne? Du kannst gar nix hinbekommen. Ja. Lol, was war'n das? Mit deinem Arm löst du einfach nur Schwänze. Yo. Okay, das funktioniert nicht so gut. Nein. Mach mal mit dem zweiten dann einfach Stopp. Lol. Leck. Wieso? Lol, das hat grad übelst geleckt einfach nur. Hast du mich geschlagen? Nee. Du bist ein Wichser. Alter, stopp doch, Mo. Fertig. Warum ich schnappst du nicht, ey? Was war denn das, ey? Ja, endlich. Warum bist du vorne gestorben? Du dreckiger Cheater, Mann. Der ist eher Anti-Troll-Cheat. Leute, schlass mich, obwohl du einfach hochgehst. Genau. Genau. Ja, genau. Ich dachte, wir sind Quid, aber nein. Sind wir jetzt. Nee. Alter, warum schaff ich das nicht mehr? Okay. Haha, Loli. Du, Bobby. Nö, 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 nö. Riecht doch mal Hochdeutsch. Oh, fuck! Fuck! Komm, wir reden jetzt nur noch Englisch. Okay. Was I doing? What I gonna doös? WTF Oh, i'm doing, i'm doing, i'm whctaw, i'm whctwm i'm sporn. Pfff,Hgwwgwgwgwgwgwwgwwgwgwgw Snip also ich weiß nein 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 lol ich hab Schiff gedrückt genau ich glitsche einfach drüber wohl Schiff gedrückt verpiss dich boah ich hasse dich ey was geht mit dir bist du fett oder was Nein verfehlt Troll attack Nein Art Attack Hahaha Junge 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 oder Fingertipps oder mal mit dem Bär was das heißt noch nie gehört malen mit Zahlen das war ja keine Sendung ja mir egal boah was war denn das ich hab gar nicht geschlagt du war schon um die Ecke drum was soll denn das die Macht ist nicht mit dir ja weil ich auch Joker war und jetzt nicht mehr lol alter ja genau was mach ich ey bam 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 lol alter ich verkack die Leiter scheiße hier schon bist du ein Engineer ja lol alter hammer Nike hammer eklig bitte sterb bitte sterb nein alter nein alter ja 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 der freut der Christian ja nein 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 Alter jetzt reicht's aber nein 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 fuck ah stirb doch nein 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 alter bist du kacke ey nein 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 jetzt darfst du mich nicht mitrollen ich hab doch ich hab shift gedrückt alter ich hab sogar drauf gestanden warum ist der runtergefallen der dummkopf das gar nichts halt die Fresse boah ich hab so Bock auf Chips ja ich hab Chips was für Chips Kesselchips was für eine Sorte ne Winneger weil ich Bacon Letzels gegessen hab Meik ich will aber nur die Pepperoni Dinger essen oder Chili was es ist ich hab den noch nicht ich hab den noch nicht gegessen hm weil die sehr selten sind irgendwie oder vielleicht gibt's die auch gar nicht mehr keine Ahnung oh in VasGow gibt's doch VasGow Werbung LOL was waren das ey ja VasGow Also, ich bin für Netto. Die sponsern uns. Bei was sollte man dich sponsern? Einfach nur, damit ich noch fetter werde. Ja, das... Noch dicker. Das ist der einzigste Grund, warum man dich sponsern sollte. Damit man dich irgendwann bei Wasco verkaufen kann. Hier könnt ihr den Konzi Games essen. Ich hoffe, du stirbst. Komm, wir gehen mal zur Wetten, Noss. Alter, ich verstehe es nicht. Warum bleibt der Wichs ja nicht stehen, hä?